Edith Volkmann war eine deutsche Schauspielerin, Leben. Sie nahm Schauspielunterricht bei Max Gede in ihrer Heimatstadt Hannover und gab ihr Debüt an den städtischen Bühnen Osnabrück. Danach spielte sie bis 1944 am Niedersächsischen Staatstheater in Hannover. Nach Kriegsende setzte sie ihre Laufbahn von 1945 bis 1949 an den ostfriesischen Kammerspielen in Leerfort. Zu Beginn der 50er Jahre ging sie nach Ostberlin und trat dort an verschiedenen Bühnen und Kabaretts auf. In dieser Zeit erhielt sie von der DEFA ihre ersten Filmrollen, zum Beispiel in der dezidiert antiwestlichen Produktion Frauenschicksale. Anfang der 1960er Jahre übersiedelte sie in die Bundesrepublik und konnte ihre berufliche Laufbahn fortsetzen. Sie war vor allem im Fernsehen zu sehen, gelegentlich spielte sie auch Theater. In Kinofilmen verkörperte sie meist erspießige Frauenfiguren wie die Hausmeisterin in Zur Sache, Schätzchen, ignorante Mütter wie in Böbchen und die Konsequenz oder eine Sekretärin in Geld. Edith Volkmann war vorübergehend mit dem Regisseur Wolfgang Luderer verheiratet. Ihre Tochter Ulrike Luderer wurde ebenfalls Schauspielerin. Filmografie Filmografie Filmografie